Das Schöne an meinen beiden Ressorts Bildung und Soziales war und ist, dass ich dafür sorgen habe können, dass die Betreuung unserer Jüngsten in der Gesellschaft bis hin zur älteren Generation auch umsetzbar war in der Stadt. Wir haben dafür gesorgt, dass die Kinderbetreuung massiv ausgebaut wurde. Wir haben den Gratis-Kindergarten eingeführt und wir haben im Bereich der Senioren zwei neue Seniorenheime gebaut. Wir haben den Vorsorgeplan für die ältere Generation erarbeitet und was mir ganz als wichtiges Projekt ist. Wir haben also auch eine Pflegestation in der städtischen Herberge für Menschen, die obdachlos sind, geschaffen.